2, 4, 6, 8, 10 Geschöpfe bis jetzt. 15 können es maximal sein. Den würde ich gerne mal übernehmen. Ich würde nämlich auch gerne mal wissen, na okay, er kann nur zuschlagen. Aber das ist ordentlich. Euer Zauberspruch Imp erschaffen wurde verbessert. So ordentlich, dass sogar Riesen vor ihm Angst kriegen. Ah, ich sehe, ihr habt einen magischen Gegenstand entdeckt. Ist hier noch irgendein besonderer Ort oder geht es hier zu denen? Ich würde sagen... Da ist der dritte Heldenausgang. Ein Teufler wurde unglücklich, weil er keinen Platz zum Schlafen hat. Das ganze Reich wurde euch offenbart. Das ist jetzt richtig schön. Held 1 Heldenausgang Held 2 Held Nummer 3 Ein Geschöpf verhungert in eurem Kerker. Achso, stimmt ja. Die haben wir ja auch noch, die Prügelknaben. So, dann würde ich mal sagen, bauen wir eine zweite Schlafzaal für bekehrte Riesen. Und wenn wir schon mal dabei sind, noch eine Hühnerfarm hier oben. Also bis jetzt machen sie schon mal keine Anstalten zu fliehen. Ich sollte auf jeden Fall mal diese Brücke hier wieder einreißen. Hmm. Den Heldenausgang hier finde ich jetzt am schwierigsten, weil der so zentral liegt. Das Beste, was ich nämlich machen könnte, sind Geheimtüren hier hinsetzen, so hier in diese engen Räume und die einfach zumachen. Die Helden verpeilen das dann wahrscheinlich und kommen da nicht mehr durch. Also müsste ich zum Beispiel hier einen hinsetzen. Ich glaube, ich speichere das Spiel hier jetzt mal. Spiel gespeichert. Und dann überlege ich mir, was ich am besten mache. Also ja, ich habe ein paar Truppen. Ich glaube, ich schlage mit dem Ritter hier, meinem schwarzen Ritter, sobald der Held weg ist, hier die Türen ein. Nehmen wir hier alles ein mit Ims. Ims werden sie ja hoffentlich nicht als Gefahr ansehen. Und setzt dann hier gleich eine Tür hin. Nehmen wir so eine magische Tür hin. Am besten nicht eine magische, eine Geheimtür, setze ich gleich hier eine hin. Da wäre sogar noch ein Portal. Um an Kreaturen zu kommen. Eure Geschöpfe sind zufrieden mit eurem Dungeon. Geht arbeiten. Baut mir schon mal die magische Tür. Mit dessen gucke ich mich mal um, ob hier noch irgendwo solche... ...Dinger versteckt sind. ...Dinger sieht da, den hatte ich schon. Da ist ein Portal. Nur noch die beiden. Jetzt futtern die hier oben. Wie blöd. Euer Zauberspruch Donnerschlag wurde verbessert. Jetzt hau ich die mal, dass die schnelle Bauch... ...Ihr habt erfolgreich ein gegnerisches Geschöpf in eurer Folterkammer bekehrt. Sehr schön. Ihr habt erfolgreich ein gegnerisches Geschöpf in eurer Folterkammer bekehrt. Du nichts pennen, du schaffen. So. Du genauso. Ich stachel euch jetzt mal an. Eine Geheimtür wurde in eurer Werkstatt gebaut. So. Hol die gleich mal ab und stell sie gleich mal auf. Dann bin ich auf der sicheren Seite. Das Heldentor zumachen, dann das Heldentor zumachen. Dann wird das Heldentor zugemacht. Und zum Schluss muss ich dann irgendwie versuchen, das Heldentor hier zuzumachen. So wie es aussieht, habe ich ein bisschen Glück und sie latschen immer hier außenrum entlang. Okay, im Augenblick ist kein... ...kein Prinz in der Nähe. Ihr könnt von mir aus krepieren. So, und hier sollte ich mich schnellstens zurückziehen, weil ich glaube, da kommen zwei Prinzen. Eure Geschöpfe kommen nicht zum Schlafsaal. Oder mindestens einer. Eure Geschöpfe kommen nicht zum Casino. Ja, da kommt ein Prinz. Die Leichen ignoriert er erst mal. Das ist gut. Geh wieder weg. Kusch, kusch, kusch. Kommt gerade ein anderer Prinz. Nein, der eine ist dort und der andere ist da unten. Welchen? Ah! Was ist das? Der Boden dürfte Ihnen ja nicht misstrauisch vorkommen, hoffe ich mal Können wir nach und nach alles mit Geheimtüren zumachen Da sollten wir nur wieder etwas mehr Colt besorgen So, wieder dahinter mit dich, äh mit dir Geheimnis Geheimnis Geheimnis